Sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Und das Tor! Ja, Sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Und das ist es, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Und das ist, 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 wenn du zahlenmäßig überlegen bist.